ja liebe leute herzlich willkommen wieder zurück zu let's bgta und glaube ich mir heute wird es heiß im wahrsten Sinne des wortes viel spaß bei dem was jetzt gleich passiert hey charges set i'm out of the building hey dog we ride around the corner we got your gear in here with it's in motion people we raid the bureau y'all ready for this so wir sollen mal kettler pullen detonate die incendiaries frank ich werde das turn-out gear an zähle das c4 mit hilfe deines handys hauptsache zwei kleine sprengen sitze die man eben kurz das fabrizieren ok feuerwehr ist unterwegs ja wir müssen fahren auf auf die feuerwehr wer tritt das der familie da kann man gar nicht so weit hochgucken genau im brandfall den aufzug benutzen normalerweise sollte man das lehmanns machen wenn ein gebäude brennen niemals die aufzüge benutzen steht auch häufig überall dran gut dass wir noch ein bisschen sauerstoff haben unten rechts läuft die sauerstoffanzeige aber wie gesagt cool gemacht auf jeden fall diese mission muss ich mal so sagen nein warum gehst du wieder runter franklin 52 und 53 da sind so so holt ihr das laufwerk da lang ne scheiße da lang dadurch ok ich war ein bisschen verplant der haben wir mal das tor äh holte nun, was ist das da? holt ihr das Laufwerk? das sind glaube ich die ganzen Akten von den Jungs oha so, wir müssen dringend raus aber es ging ein bisschen zu glatt auf jeden Fall go, go, go shit eine Strippenhaus nehme Folge deiner Crew sorry oh nein okay geht weiter komm, 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 weiter äh, warte mal da sind die langen alter, hier brennt einfach alles scheiße nein, nein, nein wir müssen hier durch ach, das tut weh das tut, das tut gerade im Ohr weh warte, warte, warte ich muss nur eine Waffe, eine Waffe wählen was wollt ihr denn hier warum wir wollen euch retten, Leute hier runter ne, hier geht's nicht runter warte, was sind die denn lang scheiße ich hab die die Sektion hab ich ja durch die die Idioten da kommen wir nicht wieder raus scheiße hier geht's weiter okay ne, oder das ist was anderes oder bitte mal dann muss es hier weiter rechts gehen, oder? komm, hier haben wir wieder ich geh mal hier durch, oder? komm da stehen die Jungs okay gut aber was wollten die wir haben die gerettet jetzt sind sie ja eh tot begibt sich zum Aufzugsschacht ja, ja so, runter damit oder mit uns so schnell wie möglich aber es ist ein Idealfall oh ja, aber hallo ganz schnell hier raus so, ja so 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 ich bin jetzt wieder hoch, ne? ah, da okay Hauptdorby So, wir geben dich zum Fluchtpunkt. Das ist guter noch nicht weit weg. Alter, was? Sorry, ich muss mir das nochmal angucken gerade. So. 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 Was? Ich wollte das Auto noch wecksitzen. Ich wollte das Auto noch wecksitzen. Scheiße. So, dann muss er uns hier weg. Ja, ich arbeite. Ja, weil wenn sie die Begriffe verbinden, dann weiß ich es nicht. Mann, ich arbeite. Any minute, sie werden uns suchen. Ich meine, die Leute in der Geburt, die du abgeholt hast. Wenn sie wussten, wer noch mehr weiß? Es ist nicht wert, glaube ich. Ich werde uns hier so schnell wie ich will. Alles klar. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Trevor. Das ist das, was du willst. Du bist richtig. So, äh, take us to our get out, avoid the cops, the feds, and my dear friend Trevor Phillips. Alright, man, I'll try. Try real hard, okay? Ach, leck mich doch am Arsch, was klappt denn? Du willst mich so unfähig werden. Ah, das leck mich doch am. Leck mich doch. Ey, was passiert da denn? Das ist eigentlich die leichteste Variante jetzt, ne? Wenn wir verkacken. Super, ey. Alright, we going. Alright, we all have to go before we get there. At some point soon, an APB will go out looking for firemen. We can not be playing dress up when that happens. We need to get to the ride and torch this firetruck as soon as possible. I'm working on you. Yeah, cause if they connect the dots, man, I don't know. Man, I'm working on you. Any minute, they'll be looking for us. I mean, those guys at the building you took down. If they knew, who else is gonna know? It ain't worth thinking about, dawg, trust me. I'm gonna get us there as fast as I can. Alright, shit. Ah, man! Ja, dann chill da noch ein bisschen. Okay, man, I'll try it real hard, okay? Okay. Okay, let's do it. Travis Celestus. So, the Kopwagon, look. Oh, no! 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 I need to sell him, that we were firemen coming soon. Ha, no! That's a bust of That's it! What the hell, no! Yeah, it's Manuel, that's loud, man! Oh, no! I get on, man! Oh, yeah, tl. My... so dann fahren wir den jetzt hier auf die bar auf die linie so if you can see dick we made it didn't we hold crews intact world profession is know what I'm saying scores are easy when you got to the bin on no wannabes ja ich glaube Michael DeSanta Franklin Clinton Gustavo Moda and Patrick McReary when people are talking about the time guys went into the bureau and wiped their files man those will be the names the rumors this one will go down in the ages yeah man I'm just glad this shit is over I don't want to do nothing else for them no more nor do I bro I gotta swing that hey you gotta swing some with Trevor too you should reach out I think about it I'm kind of enjoying my break don't think about it too long he might decide to act that's all I'm saying man Puh Gott sei Dank war mir so klar wird das gerade hinterher und er ist tot vielleicht der Rempler und er ist tot so hier wird der alte Helester so hier wird der alte Helfer so hier wird der eine Schmerz so hier wird der andere Helfer Oh, das ist doch eine Explosion des Baisers. Ich werde ein Mann vergessen, seine Probleme zu machen. Oh, genau. Ich werde einfach so krank wie ein Skunk und dann werde ich ein Webcam verbrechen, und spüren auf diese Sorority-Girls wieder. Ich bin krank, okay? Gib mir eine Pause! Cheers! Mann, das ist so foul-ass shit! Alles klar, Leute, ich liebe es die Ritual, aber ich muss auf die Dinge mit Davey und Dickwild. Ist das ernsthaft? Ich möchte sie wissen, dass jetzt, dass wir das Ding für sie gemacht haben, und wir haben die Wahrnehmung, dass wir das Ding für sie gemacht haben, und wir können alle gehen unsere eigenen eigenen Weg, weißt du? Du willst mich mit dir gehen? Nein! Bleibt Spaß! Ich muss das alleine machen. Jetzt. Die schneller, die besser. Das ist eine Art von mir zu schauen, das? Genau. Außerdem, ich will das Ding auf dem Bett. Dann kann ich mich herausfinden, Trevor, und wiederholfen, und wiederholfen, und schrecklich, und liebend für jede Menge Minute. Hier, Enjoy die Incess-Juße! Hahahaha! Man, you boys know how to put the fun back in midlife crisis. So, da, der Bro-Überfall, den haben wir auch abgeschlossen. Äh, als nächste Mission würde ich mit Mike den Salomon, das Salomon-Ding hier mal angehen. Ähm, aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, dann sehen wir uns in der nächsten... Wollen wir da weiter? Nice. Ich hab was übersehen, was hab ich noch übersehen? Naja, wieder mal was ein. Gut, dann haben wir das erledigt. Wie viel haben wir denn Mike... Mike hat gar nichts bekommen? Okay, wenn ich dich wieder... Okay. Es ist unabhängig, und es ist dumm. Sie haben sich über mein Büro rumgelaufen. Wir brauchen wirklich zu sprechen. Wir brauchen wirklich. Wir brauchen wirklich? Ja, okay, okay. Ich komme zum Kurszentrum. Fuck! Hm, ja super. Der möchte auch noch weit von uns. Wo ist denn da hin? Da oben. Okay, dann weiß ich, welche Mission das ist. Gut, aber deshalb machen wir trotzdem hier Feierabend. Wir sind jetzt in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5.